Wird da leicht? Team ist mir jetzt wurscht, wahrscheinlich. Spiel beginnen. Ich bin so nervös. Ich bin so schlecht, als solche Spiele. Wahnsinn! Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der schlecht ist. Was ihr wolle, ja? Ich hab mir auch Guides angeschaut und so Sachen. Alles klar! Ich mach's genauso, verliere aber. Weil ich's nicht genauso machen kann. Geht nicht. Bereit zur Arbeit! Bereit zur Arbeit! Aber gern! Das kann ich! Ach Gott, das ist wieder nix. Ist echt schön. Ja, und dann hat er schon wieder Hauptausstufe 2 und 10 Einhalter oder so. Bereit zur Arbeit! Ich seh ja das käme, ich weiß ja das. Ja, aber. Arbeit abgeschlossen! Was ihr wolle! Wir brauchen mehr Holz! Aber gern! Arbeit abgeschlossen! Bereit zur Arbeit! Wir brauchen mehr Gold! Wir brauchen mehr Gold! Das kann ich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aber gern! Komm! опис. Mein Leben für die Horde! Das kann ich! das ist mir zu schlecht meine klinge sucht rache wir werden angegriffen arbeit abgeschlossen wir brauchen mehr bauernhöfe ich höre und gehorche vorzugliche wahl ich höre und gehorche vorzugliche wahl vorzugliche wahl vorzugliche wahl was ihr wolle ich höre und gehorche ich stehe euch zu diensten kostet meine klinge aber ich höre und gehorche auf immer bei meinen ich weiß ob sie es schafften keine ahnung ich habe da keinerlei vorstellung arbeit arbeit ich höre und gehorche das kann ich das kann ich ich höre und gehorche vorzugliche wahl ich höre und gehorche vorzugliche wahl ja ich höre und gehorche ich höre und gehorche kostet meine klinge ich höre und gehorche ich höre und gehorche ich stehe euch zu diensten das ist mein hell zum beispiel voll low und regeneriert sich ungefähr so schnell wie ein gletscher rache für solch 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 was soll ich tun weißt du wohin soll ich gehen ja lord vorzugliche wahl ich höre und gehorche ja arbeit abgeschlossen ja was ihr wolle mein leben für die aber gern wir brauchen mehr gold was liegt an ja lord vorzugliche wahl kostet meine klinge ja kostet meine klinge vorzugliche wahl wir brauchen mehr gold wir brauchen mehr gold braucht ihr was wir haben angegessen wir brauchen mehr gold wir brauchen mehr gold arbeit abgeschlossen ich stehe euch zu diensten ja lord kostet meine klinge und sie hat hallo hier Oh! Kostet meine Klinge! Wir brauchen mehr Gold. Hm. Muss was getan werden? Alles klar. Ja, Lord. Vorzugliche Wahl. Sag das Zauberwort. Marsch! Bereit zum Ausritt. Braucht ihr was? Oh mein Gott. Angst. Mein Leben für die Horde. Ja! Ja, da hast du jetzt einen Nahrungsaufgaben. Ja, Lord! Hei! Ja, hei! Vorzugliche Wahl! Ich höre und gehorche! Vorzugliche Wahl! Ich höre und gehorche! Ho! Kostet meine Klinge! Ho! Bereiten wir! Braucht gleich... Braucht den Raider? Kostet meinen Schaden! Ja! Rauch! Und dann noch irgendwie... Hei! Ich... Was hätte die irgendwie... Da ist das nicht... Da ist das nicht... Was hätte die... Was ihr wolle! Wir brauchen mehr Gold! Wir brauchen mehr Gold! Das kann ich! Ich stehe euch zu Diensten! Vorzugliche Wahl! Hoi! Ich höre und gehorche! Volli an der Kraft! Vorzugliche Wahl! Ich höre und gehorche! Ähm... Mein Klingmeister ist Stufe 5... War 4! Hoi! Vorzugliche Wahl! Oh mein Gott! Das ist okay! Vorzugliche Wahl! Hilfe! Ja! Ja! Vorzugliche Wahl! Ja! Ich sehe wieder... Ich höre und gehorche! Hoi! Rache für Suche! Ich höre und gehorche! Hoi! Ja! Ich höre und gehorche! Vorzugliche Wahl! Ja, Lord! Ich höre und gehorche! Oh! Oh! Was ihr wolle! Oh! Oh! Ja, Lord! Was liegt an? Ja, Lord! Vorzugliche Wahl! Ja! Vorzugliche Wahl! Ich höre und gehorche! Vorzugliche Wahl! Kostet meine Klinge! Kostet meine Klinge! Abgeschlossen! Ich stehe euch zu diensten! Heit! Das ist das Rathaus! Oh! Kostet meine Klinge! Oh! Heit! Ja! Für die brennende Klinge! Heit! Ja! Kostet meine Klinge! Abgeschlossen! Heit! Ich höre und gehorche! Kostet meine Klinge! Für die brennende Klinge! Ho! Kostet meine Klinge! Wie hört der Softie? Vorzugliche Wahl! Ich höre und gehorche! Vorzugliche Wahl! Wo ist man hier aufhören muss? chose! Ich höre und gehorche! Wöretung! Schöne! Ich höre und gehorche! Das ist ein klingel! Ich habe hier mit den Klinge! Ich habe hier einen Klinge! Ich habe hier einen Klinge! because I have to die Klinge! Man ist das nicht verletzt! Bereit zur Arbeit! Rache für Sulchin! Rache für Sulchin! Bereit zur Arbeit! Was liegt da an? Bereit zum Höhenflug, Meister! Ein Leben für die Horde! Sprecht, Häuptling! Bereit zum Höhenflug, Meister! Ein Leben für die Horde! Sprecht, Häuptling! Oh! Hei! Ja! Ich höre und gehorche! Vorzugliche Wahl! Bereit zur Arbeit! Ich stehe euch zu Diensten! Rache für Sulchin! Das ist nun im Spiel! Rache für Sulchin! Was liegt da an? Ich höre und gehorche! Hey! Ich höre und gehorche! Ja! Ich stehe euch zu Diensten! Das Bruch abgeschlossen. Loktar. Mein Leben für die Horde. Oh! Oh! Ja? Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Mein Leben für die Horde. Allzeit bereit. Ich stehe euch zu Diensten. Ich höre und gehorche. Heiß! Ich bin bereit. Ich lege vor. Das kann ich übernehmen. Auf geht's. Yeah, Baby. Alle Systeme bereit. Ich lege vor. Oh! Oh! Ja! Hei! Arbeit abgeschlossen. Vorzugliche Wahl. Hei! Vorzugliche Wahl. Muss was getan werden? Das kann ich. Ich stehe euch zu Diensten. Ja! Ja! Hei! Vorzugliche Wahl! Ja! Kostet meine Klinge! Ich höre und gehorche. Ich höre und gehorche. Ja, doch! Was liegt da? Oh! Oh! Was habt ihr da? Das kann ich übernehmen. Ich stehe euch zu Diensten. Vorzugliche Wahl. Ja! Ich höre und gehorche. Ja, doch! Ja, genau. Ich stehe euch zu Diensten. Ich bin bereit. Ja, los! Arbeit abgeschlossen. Hey! Ja, halt. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Was ihr wolle. Alles klar. Muss was getan werden? Aber gern. Bereit zum Ausritt. Lass knacken! Mein Leben für die Horde! Mein Leben für die Horde! Ja! Aber ich habe gerade meine ganze... Wir brauchen mehr Holz! Wir brauchen mehr Holz! Wow! Das hilft ganz gut! Bereit zum Ausritt! Und? Lass knacken! Lass knacken! Was jetzt? Mein Leben für die Horde! Arbeit abgeschlossen! Der ist super! Der ist wirklich wachsam! Der ist wirklich wachsam! Ich weiß, wie die Lassere sind. Wer im Auto bei mir machen! Ich habe sogar schon zwei Gebäude von ihm gestört. Ich stehe euch zu diensten! Sagt das Zauberwort. Ja, Lord! Ich habe ja schon eine zweite Goldlinie. Mein Leben für die Horde. Ich stehe euch zu diensten! Vor zu Griechenwahl! Mein Leben für die Horde. Ja, Häuptling. Ja, die sterben aber nicht. Was ihr wolle! Arbeit, Arbeit! Was liegt an? Vor zu Griechenwahl! Ich höre und gehorche! Sagt das Zauberwort. Ja, Lord! Hey! Ich höre und gehorche! Ja! Vor zu Griechenwahl! Ich höre und gehorche! Das Zauberwort! Ja, Lord! Ich höre und gehorche! Ich höre und gehorche! Ich höre und gehorche! Verdammt! Ich höre und gehorche! Ich höre und gehorche! Ich höre und gehorche! Kostet meine Stahl! Mut! Für diesen! Ich stehe euch zu diensten. Haw! Kostet meine Klinge! Heyaish! Waufen Sie Griechenwahl! Koste meine Klinge! Heile! Ja! Genau! Oh, ihr habt ja die ganzen Klinge! Ja! Koste meine Klinge! Ich! Koste meine Klinge! Ja, du bist die blöde Pute! Was heile! Und ich hab keinen Planer mehr! Ich höre und gehorche 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 Allzeit bereit Was ihr wolle! Alle Systeme bereit Tinker ist wieder da Ich stehe euch zu diensten Was habt ihr da? Da siehst du auch gleich die WC3-Farm von Kessler Rache für Sulcin Was soll ich tun? Ich weiß ja nicht, der andere Pushtort nicht Ich weiß ja nicht, ob ich den Pusht überleben fühle Ich glaube ja mal eher nicht Mögen meine Vorfahren über mich wachen Rache für Sulcin Was liegt da an? Ich weiß ja nicht Wie viel ist das? Wie viel ist das Schilf? Uta, du kleines, lügerwärtiges Stück Hup! Hup! Oh du fehl! Hup! 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 Ich will das jetzt mal schieben. Mein Leben wird angegriffen. Mein Leben für die Horde. Hä? Unsere Stadt wird angegriffen. Alles klar. Was jetzt? Tod den Feinden der Horde. Ohohoho. Ich weiß nicht, ob ich meine Konkurrenze auch nicht mehr habe. Gleiche Gegner meint sie, ich hätte gleiche Gegner. Meine Vorfahren würden mich machen. Ich kann helfen. Wir werden angegriffen. Das ist nice, ja? Wie macht das Spaß, was? Unsere Stadt wird angegriffen. Ich könnte vom SP2 noch ein Video machen. Da kann man nicht Konkurren. Wurscht. Immer. Wir werden immer genau durch. Erst sieht es recht vielversprechend aus. Und ich glaube auch immer, dass es dann recht vielversprechend ist. So, meine Hauptweise ist es im Arsch. Mögen meine Vorfahren über mich wachen? Ja? Ja? Ich kann das malen. Ich kann das malen. Jetzt konnte ich wegen dem Waschpäer echt nicht bauen auf der Schule. wenn das mal anders ist. Wtf. Ich habe gerade einen Waschpäer öfters angeklickt. Und dann ist er einfach explodiert. Das ist eh auf dem Video das. Das ist echt lustig gerade. Geht das beim Kaninchen auch? Ja, geht auch. Das ist geil. Das macht mehr Spaß. In einem riesen Atomfilz explodieren die Kleidchen. Arbeit abgeschlossen. Muss was getan werden? Alles klar. Was? Lass knacken! Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Bereit zur Arbeit. Oh Gott. Das coole ist, ich baue hier meine Basis auf. Der hat die noch nicht gefunden. Oh Gott. Hoppala. Da kann es nicht mehr dauern. Ja, jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt die blaue Horde. Arbeit abgeschlossen. Jetzt kommt die auf den Schiebchen. Das wird die auf den Schiebchen, wenn ich das rein und dann schiebt. Ich könnte auch die auf den Schiebchen, wenn ich rein oder schieb. Was ist das? Leider war kein Sieg beschieden. Danke.